Hallo vom Doppelgänger aus der korrupten Provinz. Die Partei meines Originals hat es gerade wieder geschafft, den Bock zum Gärtner zu machen. Was ist passiert? Wie in der Provinzzeitung steht, hat die parteinahe Arbeiterwohlfahrt wegen fragwürdigen und undurchsichtigen Vorkommnissen ihren langjährigen Vorsitzenden heraus befördert. Dr. Michael Reuter soll angeblich Mitarbeiter betrogen und selbst abkassiert haben. In die Fußstapfen des vermeintlich korrupten Vorgängers wurde der 48-jährige Statist und Künstler Dirk Daniel Zucht zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Die Mitglieder der AWO-Kreiskonferenz dachten wohl, dass ein Schauspieler in einer Führungsposition, wie zum Beispiel in der Ukraine oder früher in den USA, die cleverste Lösung ist, um das zerstörte Ansehen des korrupten Vereins wiederherzustellen. Zucht lebt und manipuliert, wie sein geschasster Parteifreund Reuter, in der Oberzent. Bei seinem ersten Auftritt versprach der 48-jährige Sprüchemacher, die Aufarbeitung der Vorkommnisse, Zurückgewinnung von Vertrauen, den Fokus nach vorne zu richten, streitbar in der Sache zu agieren. Es bleibt also alles beim Alten, nur die begehrten Pöstchen wurden getauscht. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, falls ihr euch überhaupt noch für Kreispolitik interessiert. controlste va ugnen. ... ... ... Vielen Dank.